Hallo Liebeslicht, nun wo dieser Tag hinter Dir liegt, möchte ich Dich bitten, Dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um Dich in die folgenden 30 Affirmationen für einen glücklichen und entspannten Ausklang des Tages hineinsinken zu lassen. Schließe einfach Deine Augen und lausche den Sätzen. Du kannst sie auch mitsprechen, wenn Du möchtest. Spüre einfach hinein in dieses Wohlgefühl und die Geborgenheit, die Dir diese Affirmationen vermitteln. Denn es ist von entscheidender Bedeutung, mit welchen Gefühlen wir schlafen gehen. Das, was wir kurz vor dem Einschlafen denken und fühlen, manifestiert sich besonders stark, weil wir uns da schon dem Alpha-Zustand nähern, in dem unser Unterbewusstsein sehr empfänglich für wohltuende, positive und bestärkende Gedanken und Gefühle ist. Schlafe positiv ein, erwache positiv. Mach es Dir nun bitte ganz bequem. Vielleicht liegst Du schon im Bett. Das ist sehr gut. Erlaube Dir, Deinen Körper nun vollständig zu entspannen. Atme gerne ein-, zweimal tief ein- und aus. Und dann spüre mal, wo in Deinem Körper ist noch Anspannung vorhanden. Atme dort bewusst und liebevoll hinein. Und lass mit dem Ausatmen die Anspannung aus diesem Bereich Deines Körpers entweichen. Vertraue sie einfach Deinem Ausatmen an. Er nimmt sie mit, trägt sie hinfort. Und Du singst zeitgleich tiefer in eine angenehme Entspannung. Scanne Deinen ganzen Körper ab. Und überall, wo Du noch Anspannung spüren kannst, machst Du es genau so. Bewusst und liebevoll hineinatmen. Und mit dem Ausatmen alle Anspannung abgeben. Sehr gut. Und so lausche nun den folgenden Affirmationen, um diesen Tag positiv und voll liebevoller Gedanken und Gefühle zu verabschieden und in einen angenehmen und wohltuenden Schlaf zu sinken. Ich bin voller Dankbarkeit für den zurückliegenden Tag. Ich zolle allen Erfahrungen und Erlebnissen dieses Tages meinen größten Respekt und meine liebevolle Anerkennung. Mögen alle Menschen, denen ich heute begegnet bin, gesegnet sein. Liebevoll begegne ich mir selbst in diesen letzten, bewussten Minuten dieses Tages. Liebevoll begegne ich mir selbst in diesen letzten, bewussten Minuten dieses Tages. Ich erlaube mir nun noch tiefer zu entspannen und mich liebevoll in mein Inneres hinein sinken zu lassen. Ich selbst bin meine größte Quelle der Entspannung und Geborgenheit. Ich liebe und achte mich selbst. Ich sende nun positive Energie durch meinen gesamten Körper und meinen Geist. Ich fühle mich rundum wohl in meiner Haut. Ich erlaube mir, mich von Liebe und Freude erfüllt zu fühlen. Ich spüre mein weiches Bett und genieße die Geborgenheit darin. Mit jedem Atemzug lasse ich mich noch tiefer sinken und genieße die Entspannung, die sich in mir ausbreitet. In meinen Träumen finde ich Frieden und Geborgenheit. Ich bin umgeben von Liebe und Harmonie. Ich bin im Einklang mit meinem Herzen und meiner Seele. Ich erlaube mir, heute Nacht bis tief in mein Herz hinein zu heilen. Ich atme tief ein und spüre, wie Liebe meinen Körper durchströmt. Ich bin im Einklang mit der göttlichen Ordnung des Universums. Ich umarme meinen inneren Frieden und lasse ihn mich komplett durchdringen. Ich vertraue auf den göttlichen Plan für mein Leben. Ich bin verbunden mit mir selbst und der unendlichen Weisheit des Universums. Ich gebe mich der allumfassenden Liebe hin und lasse sie in mir wirken. Mein Atem beruhigt mich immer mehr und führt mich in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Mein Körper entspannt sich zutiefst, während ich sanft in den Schlaf gleite. In meinen Träumen erlebe ich Frieden, Freude und Liebe. Meine Träume sind voller Schönheit und Inspiration. Ich bin so dankbar für diesen kostbaren Moment der Ruhe und Stille. In meiner Ruhe und Entspannung finde ich die Möglichkeit zur tiefsten Heilung. Ich bin eingehüllt von der Energie der Liebe, die mich nun tief, fest und geborgen schlafen lässt. Morgen erwache ich voller Liebe und Vertrauen und freue mich auf den vor mir liegenden Tag voll neuer Chancen und Möglichkeiten. Gute Nacht, Liebeslicht. Schlaf schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020